ja und mit mir so also gucken wir mal ich nehme jetzt hier die art please box noch schnell mit rein und dann schauen wir mal was bei rauskommt roger bobby schauen wir mal auf geht's was gescheit ist jetzt was anständiges ich will was anständiges 220 drei stück so hier auf goldenes paket ja man drei stück haben wir schon jetzt auf einmal so du drehst dich einfach weg und so ja das stimmt ja du hast jetzt zwei vitriolische menschen gezogen ja du hast zwei vitriolische menschen gezogen ich hab zwei lechis gezogen fünf fucking lechis auf einmal alter so also jetzt gucken wir mal hier oben rein ja ja so holy shit man ist das geil ist das geil so jetzt gucken wir mal was da noch bei rauskommt ein bryan das war jetzt der herr sofort hallo ich hab dir zwei lechis gezogen sag mal dankbar ich hab davor drei stück gezogen so was hast du so und da damenring das war ich ja 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 so und 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 schutzanzüge die werden dich dann gegenseit verfolgen Schutzanzüge. So, und Bob's Burgers. Bob's Burgers. Los. Das ist jetzt wieder sofort. Und, 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 und. Zwei Ethics. Ja, das haben sie manchmal. Willst du mich verarschen? Nein. So, und? Und Francine. Oh, das war wieder gleich. So, Francine. I love her. I love Francine. Baby. So. Und Burgerkostüm. Oh, jetzt ist er stolz auf dich. Ja, super. So, und, 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 und. Oh, Gott, Herrgleich. Sie sind nur Kacke, diese Mann. Bob. Bob. Mr. Bob. Oh, mein. Das war jetzt wieder sofort. Als ob er was besseres ziehen würde. Ich hab Brian Quartini. Das ist selten. So, und. Ja. Nächster Legi ist da. Das war ich? Das war ich gewesen. Jetzt bist du dran. So. Und. Allemobil. Allemobil. Toll. Jetzt bin ich wieder dran. Wolltest du nicht. Wolltest du das nicht immer mal haben? Vitruvianischer Mensch. Und. Jetzt wieder der Herr sofort. Trutantanz. Und. Das war's. So. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz da unten noch rein. Was haben wir denn hier jetzt? Nein! 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 Das habe ich noch gar nicht realisiert! Was? Doch, wir machen jetzt auf. Was? Warte mal. Was ist denn hier kaputt? Alter, warte mal. Erst mal den Kraftstein. Wir fangen erst mal mit dem Kraftstein an. Erst mal Kraftstein. Was? Herr, weißt du, Leute, jetzt ist so ein Herr-Gelich-Moment. So, und jetzt hier, noch eine Lechi und was kommt aber raus? Und... Candy Cane Gun! Und da oben, und da oben, und da oben. Warte, 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 warte. Ich muss aber Platz schaffen. Und, ja, und, 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 und! Noch eine Lila. Jetzt kannst du die Leveln. Viel Spaß. Ich habe noch eine Lila. Ja, ja, tausendmäßig noch eine Lila, die einfach da hat. Wie geil! Wie ist das denn? Ne Lila! Gelevelt! Ja, perfekt, Leute! Das habe ich mir so vorgestellt. Ich habe gedacht, ich kriege jetzt meine nächste Mütung. Eine dritte, oder? Ja, das wäre meine dritte dann gewesen. Tagehaftobjekte. Unten, unten, unten. Ja. So, wie geht denn das jetzt? Einfach aufwärten. Einfach. Das habe ich ja auch noch nie gemacht. So, einfach unten auf aufwärten. Einmal. 50 kostet die einmal. Okay. Dann nochmal. Dann nochmal. Okay. Dann nochmal. Dann haben wir sie dreimal drauf gewertet. Okay. Viel Spaß. Das war die tolle Mütik. Okay, aber, ja. Na gut, okay. Aber macht nichts jetzt. Macht nichts, macht gar nichts. Ähm. Das war die super Mütik. Warte mal. Jetzt gucke ich aber hier nochmal schnell rein. Ja. Gehe ich. Ja, das war jetzt vielleicht nicht gerade optimal. Und da braucht man halt ganz lange gespart. Ja, aber im Insel. Das hat sich gerade eben wie ein kleines Kind gespart. Ja, habe ich. Habe ich. Habe ich. Und was kommt raus? Eine Lila. Ja, es war jetzt halt... Ja, ist ja... Ja, ist egal. Aber... Nein, ist es nicht. Ist halt jetzt egal. Dann habe ich halt jetzt die Lila ein bisschen gelevelt. Aber jetzt gucken wir mal ganz kurz in die Ausbeute rein. Die Ausbeute war trotzdem bestialisch heute. Bestialisch. Genau. Bestialisch. So, wir haben... Ich kann den Bobby Quadfusen. Ist das nicht mega, mega, mega... Nein. Mega, mega geil. Bobby Quadfusen. Bäm. 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 Bumschakalaga. Den Spruch hat er von... Nein, den habe ich schon lange. Den habe ich schon gehabt. Da gab es dich noch nicht. Bumschakalaga. Genau. Ja. Hab ich mir auch gedacht. Vom Basketball. Vom Basketball. Natürlich. Warum hast du wirklich nichts auf Vollaufwerten gekriegt? Weil er es irgendwie nicht gemacht hat. So, und jetzt muss ich das halt manchmal irgendwie... Weil er gleich. Nein, nicht weil er gleich. Weil geh nicht. So, damit haben wir den Bobby schon mal gemaxed. So, jetzt gucken wir mal weiter. Was haben wir denn noch? Die Candy Cane Gun. Dann haben wir den Cat Lounge. Doomsday Device. So, Horse Camp. Ähm. Kleins Bier. Mr. Twilly ist gekommen. Ne? Mr. Twilly. One Art Please. One Art Please. Genau. Können wir mal maximieren und können mal gucken, was kommt dabei raus. Ist gar nicht mal so schlecht. Die kann man dann auch mit reinnehmen. Ich muss nur überlegen, für was? Horse Camp. Horse Camp. Das Horse Camp, für was ich die reinnehme. Was für's Horse Camp? Nee. Horse Camp ist geil. Mit Tina und so. Horse Rider Tina. Und ähm. Mit Horse Rider Tina zum Beispiel. Oder hier für Belcher. Eugene Belcher. Ist schon gut. Da mach Neppkin Art raus. Neppkin Art ist auch... Da mach ein Peter raus. Wofür brauchst du nur zwei Peter zu machen? Ich bin gerade überlegen. Der Sculptor Peter lohnt sich aber auch. Der ist viel besser. Hä? Habe ich die falsche? Scoopack? Warte mal. Terrestrial Cycling. Terrestrial Cycling ist aber momentan, glaube ich... Muss ich mal überlegen. Muss ich mir noch was überlegen. Ähm. Ich glaube aber Terrestrial Cycling hat jetzt... Ja, der hat schon geile Kombos. Aber... Ich mach's jetzt einfach erstmal so rein. So, also. Dann gucken wir mal in den einen Peter. Okay. Den hatten wir ja vorher schon. Reflections. Oh, die kann ich auch fusen. Reflections kann ich fusen. Kann ich das schon wieder hören, ne? Was denn? Oh, die kann ich auch fusen. Natürlich. Mega. Woran erkennst du denn das W40? Na da oben ein Ding in... Ein Walten. Ne, 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 ne. Genau. So. Dann haben wir die schon mal drin. Reflections. So. Wie geht's denn weiter? Wir haben Roger, Sad Clown. Oh, Sad Clown in my life. Sluback, Terrestrial Cycling. Der Skalptapiet ist richtig krass. Ja. Der ist so okay. So, den vitruvianischen Menschen könnte ich eigentlich wieder rausnehmen. Terrestrial Cycling. Ah! Kann ich ja auch hören. Jetzt lohnt es sich natürlich schon, die drin zu lassen. Richtig. Ist ja... Ey, was eine krasse Ausbeute heute, ja? Ausbeute, wie es immer nennt. Ja, das ist mega. Das ist der Schatz. Das ist mega. Schatz der Piraten. Mega. Das heißt ja nicht mal bei Pirates of the Caribbean, sondern Pirates of the Animated Thrown on Vergleich. Mega ist das. Mega. Die Tüßbeute. Ja, die Ausbeute. Natürlich ist die Ausbeute. Nein, das ist die Ausbeute. Ey, das hat natürlich das Dick jetzt... Das sind die Karten. Hat natürlich das Dick jetzt um einiges stärker gemacht. Das muss auf den Paketen kommen. Kras. 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 Habe ich nicht recht? Mega, 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 mega. Oh, jetzt? Ja. Alles. So, ja. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen oben da und dann... Schaut mal was in die Kommentare. Geil. Ne? Macht's gut. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animated Thrown. Hört auf dem Kanal mit mir hin sofort. Ja, Leute. Ich hab das alles ein bisschen nicht aufgenommen. Du hast wohl eine Meise. So. Nein, ich habe das... Ja, ihr seht ja auf YouTube. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao. Hallo. Missed it. So, jetzt. So, jetzt.